Freunde, wir hatten vor zwei Wochen noch einen Auftritt beim Little Green Festival gehabt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und wünschen euch viel Spaß mit dem neuen FLOG. Eure Stimme aus dem Off. Warum? Weil du meine Mini-Part so sehen wolltest oder was? Ich kann dir mal meinen Mini-Panzer zeigen, wenn du willst. Ist da los? Nein. Warte, das ist ein jünger Mini-Panzer. Das wäre was, wenn man mal unterwegs ist irgendwo. Mit Farbbomben, wenn man welche Leute abschießen. Nicht. Geil. Blökeli, was ist das? Gemüse, ich abends. Einen mal wieder gesund. Oh, keiner mehr Besteck für mich, geil. Und rein. Grüße Werbung. Ach, da drüben, ganz klein. Hahaha, okay, ich hab jetzt gar nicht, ich stelle die Riesenplakaten. Wollen wir rüber? Hier auch. Hier grüner Breit. Oh, anderer Hund. Macht mal an für Christi Kay. Gute Vorlage. So, hallo. Hier der Green Festival. Hallo Durste. Hallo Herzberg. Hallo Altersack. Schön, das erste Mal hier zu sein. Ja, so, äh, es lieb ja gerade echt schon ganz schön hot, aber ich frage es nochmal. Könnt ihr nach und habt gebocket ein bisschen Tempo? Also, collapse. Back with that hard street shit. Shit 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 Back, back, hard, hard. Back, 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 back. Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhh Hehehehe boiii Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin nicht sicher, oder? Aber wie? Hebserlich, ey. Aber wirklich, richtig frisch. Ja, ich hab auch diese Halsschmeißen. Oh, hab ich dich angesteckt? Nee, nee, nee. Das ist schon fast weg wieder, aber... Also bei mir? Hat uns verändert. Lass mal noch was. Hier, mein Soda rausholen, was ich noch bestellt hab, Alter. Jelly. Null Zucker, nix drinne, Alter. Das schmeckt doch nicht. Das ist übelst geil. Das ist einfach nur Wasser mitgeschnackt. Das ist da, was du auch rebequist. Da, wo du Krebs gehst. Und auch nicht Bier. Ja, wegen Krebs. Ja. Alter. Kann ich mal... Kann ich mal deine Würstchen zum Bier aufmachen haben? Mach mal. Oh, eins. Oh, Digger. Das ist voll die harte Wurst. Mit den Würstchen. Massive, meinte ich. Mit den Würstchen und ja, nicht... Ich bin dein Loch nicht. Äh, mit den Würstchen. Erstmal die... Das ist ja krass. Was ist los? Ne, warte. Wie machst du denn mit dem Fegel? Was? Du willst so große Fasch dafür. Schmeckt aber gut. Ach, dann hängt wieder ein Stück Würstchen da drin. Und dann kriegst du es nicht raus. Und dann hängt man wieder am Hals fest. Wie gemacht. Also... Diese Dinge. Die äh... Oh, ich hab hier eine Rotzluge. Deutschländer. Siehst du, läuft das schon. Mach aber nicht, dass du gleich hier wie die alle ans Auto fällst. Oh, schade. Jo. Äh... Wir sind in Schwarzheiler. Eben. Also wir laufen gerade. Wandelhof. Genau. Äh... Ist noch ein bisschen kaputt von gestern. Erstmal ganz schön anstrengend. Ja. Ne, äh... Wandelhof, Schwarzheiler. Auf jeden Fall Bock. Wir waren jetzt eine Weile nicht mehr hier, glaube ich. Oder? Ja, ist bestimmt klar. Oh, schöne Weile. Ich glaube, das war letzt. Oder Mario? Warst du da mit? Da warst du nicht mit. Da könnte es sogar länger her sein. Da war es vielleicht von 20 oder 21. Aua. Wir sehen vielleicht nicht motiviert aus. Aber wir sinds. Ja, absolut. Wir machen aber heute ein bisschen sachter. Das tut uns jetzt schon leid. Wir haben schon gewisse Getränke, Anfragen. Jungs, wir müssen da hinten laufen. Ja. Können wir heute nicht so machen. Wir müssen ruhig machen, weil wir morgen auf dem Open Beats noch spielen müssen. Aber, zeigen wir euch morgen. Also, Schwarzheiler, Wandelhof. Das tut gut. Mach kurz inne. Ich wollte... Spritzt er mich an? F***er. So, wie waschest du das jetzt? Kein Wasser mehr hier? T-Fans. Halti, ich lass gerade sein. Ah, nein. Guck, das war... Ist der letzte... Du hast mir ne Taschen gewixt? Hahahaha... 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 Wo wollen wir das denn hinhängen? Hast du das gefragt? Das hab ich auch schon verpasst, oder? Jetzt haben wir so ein Disco-Schilder. Christian, kannst du das mitnehmen? Christian, das kannst du bei dir dann irgendwann in der Garage hängen. Wir brauchen es nicht. Wir haben es geschafft. Meine Stimme ist fort. Die Stimme ist fort. Alter, wenn ich morgen... Wenn ich morgen... Wenn ich morgen da auf dem Open Beat stehe... Schokolade. Bist du los? Schokolade. Nur noch so kreischen und kreischen raus. Hallo! Achso, du filmst ja gerade. Tja, wo war man denn erst dann, Rolf? Wandelhof, Schwarzheide. Boah, eigentlich... Was soll man sagen? War geil. Spaß immer. Leute hatten Bock. Boah, Energie in der 5000 irgendwie gefühlt. Wenn... Wenn... Wenn so viel Energie heute auf dem Open Beat ist, bin ich zufrieden. Open Baby! Ja... Dann habe ich auch nicht so tolle Lampenfliebung. Ich glaube heute werde ich ein bisschen aufgerecht sein. Echt? Mal ein bisschen. Mal ein bisschen. Mal ein bisschen. Ja, ich auch vielleicht ein bisschen. Ah! Vielleicht. Ja, wir sind... Das ist bisher die größte Bühne, auf der wir gespielt. Ja. Also wir spielen Werte gespielt haben. Ja, gut zu machen. Ja, danke Schwarzheide. Wir wollen uns auf ein nächstes Mal... Mal eine etwas andere Absage. Ja. Bisschen ruhig, wenig Schlaf gehabt. Weil wir es vergessen haben. Ja, also... Aber... Da ist Navi. Jetzt sieht man, wir da sind. 15.14 Uhr. Wir haben unseren eigenen Backstage. Ich glaube, wir hatten noch nie unseren eigenen Backstage. Eigentlich als das erste Mal, oder? Ja, aber... Ich werde reinbeißen. Man muss das machen beim ersten Mal. Aber da sind viele Taufe. MTV Crills. Oh! Ist doch nicht so groß wie ein Dach da. Ist doch nicht so groß wie ein Dach. Da ist doch mein Platz im Mund. Aber hier können wir unser Zeug reinstellen. Das ist großgeig. Kommt ruhig rein, Junge! Sollen wir noch eine Ansage machen? Ey, Hoppeats! Wir sind heute bei euch! Mal sehen! Wir freuen uns! Ich kann nicht mal so viel los! Mal sehen, ob es noch voller wird! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Gut, Jungs! Ich übernehme als Bruder! Danke, dass ihr alle da seid! Für uns heute was Neues! Wir freuen uns! 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 Na ja, dann schauen wir mal! Wir seht euch! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Ich würde nicht probieren! Wir freuen uns! Wir freuen uns! Wir freuen uns! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4